Hallo meine Allerliebsten. Wie geht es euch? Wie geht es mit Zaubert? Ich genieße mein Urlaub und voll Zügen und relaxe die meiste Zeit auf meiner Sonnenliege. Ein sehr guter Freund von mir. Wollt ihr unbedingt, dass ich noch ein ASMR Video mache? Hallo mein Lieber. Du weißt, wer damit gemeint ist. Ich möchte euch heute eine kleine Kollektion von meinem Bruder Spuck zeigen. Ich gebe zu, dass mir der Spuck mit echten Steinen, wie zum Beispiel den Amethyst, den Topaz, Rosenquarz und so weiter, mit Amstatt besser gefällt, als irgendwelcher Glasstein. Aber ab und zu erfahre ich auch meinen echten Schmuck. Wer dem eigentlichen Schmuck entspricht. Also am besten. Man��uer die Schmuck entspricht. Sobald die Schmuck entspricht. Und wie gefällt es euch, meine Lieben? Ich habe hier noch einiges zu bieten. Ich habe hier noch einiges zu bieten. Ich mag normalerweise überhaupt kein Gold. Nur selber oder Weißgold. Aber ab und zu ändert sich auf mein Geschmack. Ich werde nicht jede Ghetto-Einzel absehen. Denn dieses Video würde unendlich dauern. Wie gefällt es euch, meine Kopfschmack? Blüten, Blüten. Schüsse 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 Das ist Anna Karenina. Ich habe so viele Kappen, ich hoffe es ist nicht langweilig für euch. Ich denke für Mädels ist es interessant, für jedes Mädchen. Ich versuche die aufzubekommen. Ich habe keine Strahlung gezweifelt, dass ich das nicht schaffe. Ich habe keine Strahlung gezweifelt. Dann habe ich hier noch sowas. So eine schwarze Blume. Sieht auch sehr toll aus. Mit deinem Kleid. Mit deinem schönen Kleid. Meine Lieben. Was hat er heute Schönes gemacht? Wie wollte ich es erzählen? Dann habe ich hier noch so ein Ruhs an das Herz. Hier liebe ich diese Kette. Die ist wunderschön. Seht ihr das meine Lieben? Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Meine Lieben, da kann man auch als Kopfschwuckern sehen. Gut. Gefällt es euch? Mögt es euch ihr Ketten? Oder habt ihr einen ganz anderen Geschmack? So meine Chips sind fast eine Ente. Ich habe hier noch einen Ketten. 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 Meine Lieben, es soll anscheinend nicht sein, dass ich dir... Ich verändere sie sogar in meine Haare. Seht ihr, meine Lieben, wie schön die Kette ist? So, die ärgert mich nicht mehr, diese Kette. Die legen wir einfach beiseite. Meine Lieben, ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hier vielleicht vergessen habe. Oder doch nicht. So, ich hoffe, diese Kette lässt mich nicht in den Stech. Eine sehr gute Kette. Eine sehr gute Kette. So, ihr werdet wie ich. Und zendet euch hiermit Liebe und Licht und Abonnie. Ah, ich hab doch noch was vergessen, meine Lieben. Es ist ein Fächer. Kann ich nicht? Lieb und Licht, meine Lieben.